Also müssen wir uns mit all dem beschäftigen, das falsch ist, wie Stolz, Arroganz, Bindung und Wünsche, Vergnügen und so fort, die alle ganz offensichtlich nicht Liebe sind. Attachment and the desires, pleasures and so on, which obviously are not love, can all that end? Kann all das enden? Because without love in life, the perfume, the passion, the depth of life is lost. Weil ohne Liebe im Leben der Duft, die Leidenschaft, die Tiefe des Lebens verloren ist. Das Leben wird dann sehr oberflächlich, sehr weltlich. Und das geschieht ja auch zunehmend in der Welt, weil wir nie herausgefunden haben, was es heißt, einander zu lieben. Ja, mehr und mehr und mehr. Weil wir nie wissen, für uns selbst, was es ist, was es zu lieben. Liebe ist nicht eine Erinnerung, Liebe ist keine Erinnerung an vergangene Ereignisse und vergangenes Vergnügen. Liebe ist nicht Wissen. Und doch spielt Wissen in unserem Leben eine herausragende Rolle. So viele Wissenschaftler und Biologen und andere sagen, dass der Aufstieg des Menschen nur durch Wissen erfolgt. Wir nehmen so unkritisch an, was Experten sagen. Wir prüfen nie selber. Ich finde, dass eines der großen Probleme ist, man mag sich täuschen, dass Bücher so wichtig geworden sind. Das, was andere Menschen gesagt und geschrieben haben, all die Experten und Psychologen. Wir reden nicht von den Fachleuten der Technologie, sondern von psychologischen Experten, die ein großes Maß an Wissen über sich selbst und andere Menschen gesammelt haben. Wird dieses Wissen den Menschen transformieren? Wird das Wissen völlig das Wesen des Bewusstseins des Menschen umwandeln, vollständig und total, nicht teilweise nicht hier oder dort ein bisschen etwas weniger Angst, ein bisschen freundlicher oder großzügiger, mit weniger Konflikten? Sondern wird dieses Wissen, das der Mensch im Verlauf so vieler Jahrhunderte erworben hat, über die Psyche, über die unterschiedlichen Schichten von Bewusstsein, wird dieses Wissen, das heißt die gesammelte Information und die gesammelte Erfahrung, wird das, das ganze Wesen des Menschen transformieren, den Inhalt seines Bewusstseins? Es muss sein, dass wir erforschen, ob Leiden psychologisch beendet werden kann. Ist die Frage eigensüchtig? Ist die Frage unwichtig? Wir verursachen ja, Menschen verursachen ja psychologisch ein großes Maß an Leiden für andere. Wir werden tief verletzt, wir haben darüber gesprochen und auch über die Folgen psychologischer Verletzungen. Wir haben Widerstand, Isolierung, Ängste betrachtet. In der christlichen Welt wird Leiden in der Anbetung eines Symbols ausgewichen, aber dennoch existiert Leiden. Die asiatische Welt kennt viele Erklärungen des Leidens und doch leiden sie. Anscheinend gibt es kein Ende des Leidens, des menschlichen Kummers, der Not, der Trauer. Es scheint kein Ende zu haben. Wir sollten gemeinsam erkunden, nicht verbal oder intellektuell, sondern gefühlvoll herausfinden, ob Kummer wirklich aufhört. Denn wo Kummer ist, ist keine Liebe. Wo Kummer ist, ist kein Mitgefühl. Wo Kummer ist, gibt es keine tiefgründige Intelligenz. Man muss sich also der Frage zuwenden, wer leidet. Wenn Sie es jemandem anderen überlassen, Ihre Probleme zu lösen, dann machen Sie sich von anderen abhängig und verlieren damit die Ihnen innewohnende Fähigkeit, alle menschlichen Probleme zu lösen, die Sie betreffen. Wenn Sie es jemandem anderen überlassen, um dieses Problem zu lösen, dann betrachten Sie auf anderen. Und deshalb verlieren Sie Ihre eigene Intrinsik-Kapazität, um alle menschlichen Probleme zu lösen, mit denen Sie sind. Wir fragen also, wer leidet. Wenn Sie Tränen vergießen, sich völlig verloren fühlen, den Schock spüren, dass jemand gegangen oder verloren ist, den Sie lieb hatten. Wer ist es, der dieses Gefühl großen Leids hat? Das heißt, wer ist das, wer ist dieses Ich, das sagt, ich leide? Wer ist dieses Wesen, das den Schock und die Not und die Verzweiflung der Einsamkeit erlebt? Das ist wirklich eine wichtige Frage, auch im Zusammenhang mit der Frage nach dem Tod, nach dem Wesen des Sterbens. Was also stirbt? Die Ansammlung von Wissen über einen Selbst, die Anhäufung von Besitztümern, die Ansammlung von all den Dingen, an die sie gebunden sind? Ist es also möglich, die ganze Zeit mit dem Tod zu leben? Bitte verstehen Sie, das ist das Enden aller Dinge, während Sie leben, Tag für Tag, verstehen Sie? Das heißt, das Geist und Gemüt jeden Tag frisch reinkarnieren. Das ist Schöpfung. Das ist ein schöpferischer Geist, kein erfinderischer. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Erfindertum und Schöpfung. Die gesamte technologische Welt und die Techniker dieser Welt sind erfinderisch, weil sie Wissen benutzen. Und sie bewegen sich von Wissen zu Wissen, aber sie sind nie frei von Wissen, sodass es einen total neuen Anfang geben könnte. Das ist ein schöpferischer Geist. Die Techniker dieser Welt ist ein schöpferischer Geist. Vielen Dank.